Und ich hab schon ne Festo gefunden. Er soll auch nicht so menschemäßig sein nicht. Das ist mega nervig einfach nur. Und ich hab bei dem immer Angst mich irgendwie zu verlaufen. Ja einfach sterben. Genau. Das hast du sonst auch mal so gemacht oder nicht? Oh nice, hat aufgehört. Ich hoffe wir sind jetzt keine Viecher, weil ich baue jetzt Gold ab hierhin. Dann wäre ich auch schwer. Safe. Ja ist. Kann man nicht einfach, aber ich hab kein Dings oder? Doch. Äh. Okay du kannst, das sieht man nur lokal. Okay Janis ist Operator gewesen. Ihr wart es letztes Mal nicht mehr. Ja ich bin auch, doch ich hab geguckt. Ja letztes Mal nicht, aber was hast du denn gemacht? Ja aber Janis hat es nicht. Janis ist noch. Was sagst du? Ich bin jetzt auch noch. Ob wir Viecher sind. Weil ich baue jetzt Gold ab. Ich kann nichts dagegen tun. Ah. Okay jetzt können wir auch, jetzt können wir auch mit diesen roten Dingern hier markieren. So noch fuck. Köln. Wo ist er? Da hinten. Muss man wieder ein bisschen die P abbauen. Ja kann ich nicht mehr. Hast du eigentlich noch genug Spitzhacke? Spitzhacke? Ja. Ja guck hier. Bubeler. Ja gut, ne reicht. Ich wollte nur wissen. Weil meine geht gleich kaputt. Also die hast du. Nein ich hab noch. Kutzki oder was? Ansonsten können wir dir auch eine scheiß Spitzhacke machen. Ne ist Spitzhacke. Ich brauche nur ein bisschen EP und ein bisschen Gold. EP ein bisschen. Oh 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 oh. Noch mehr Goldsau. Als wenn ich mit diesen roten komischen Block markiere, das sieht man ja an. Stimmt. Sollte man, ne? Wenn man nicht verblödet ist. Ja. Hi Kevin. Nehme ich lieber an. Aber unser Kanal ist Knackige, ne? Also. Wie du auf TikTok einfach nur das eine Video hochgeladen hast und dann nix mehr. Ja, aber das war doch nur für Tutorial, Alter. Um mich loszustellen. Ja Leute, wir haben jetzt noch einen TikTok-Kanal. Tic-Tec. Wer? Tic-Tec. Knackwurst. Och ne. Und da ist ein Clip hochgeladen, wo Fabian den Brauchschall kaputt macht aus Staffel 1. Mit der Axt. Und wie viele Views? Weiß ich gar nicht. 200? Das ist ja so lustig. Ich glaube es waren 200. Was? Echt? Ganz schon. Irgendwie dieser Algorithmus, ne? Aber angeblich sind die ersten paar Dinger ja auch mit Absicht ein bisschen höher, damit man Bock hat weiterzumachen. Lol, wir haben Follower. Ne, haben wir nicht, wir haben nur Likes. 207 Aufrufe. WTF einfach nur. Mehr Aufrufe als wir im ganzen Monat machen. Unsere Watchtime ist halt krass, weil wir die Videos nur gucken. Hahahaha. Sie hat wirklich. Nochmal gucken, Alter. Du willst mich verarschen. Heißt Babyzombies. Oh. Wer schießt? Oh, lol. Von da unten. Von da hinten, okay. Ähm. Analytics. Alter. Junge, du hast den Feuerball mit dem Feuerball kaputt gemacht. Echt? Ja. Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich stelle jetzt mal für ein Dings hoch. Die Hölle. 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 Eiskalt. Wo ist denn das? Ach, warte mal. Ach, Leute. Wir werden erstmal die Binding of Isaac Parts mit Paddy kommen. Ja, ne. Geht die Viewtime nach oben, du. Noch höher? Gönnt sich jeder. So gut. Wir haben, hä? Moment mal. Sicher, dass nur vier unsere Videos gucken? Genau. Wir haben in diesem Monat einzelne Zuschauer, also von unterschiedlichen. Guck sie nicht. Äh, Leuten. 64. Damn, son. Ich mach mal ganz kurz, äh, mach mal Aufnahme aus und wieder an. An. Ja, die stinkt. Um schon mal die, äh, eine Videodatei zu saven. Der blöde Kack-Nazi. Weil, falls OBS abstürzt, dann ist alles kaputt. Oh, Allah. Ne, ich nehme ja auch schon seit Stunde 43 auf Allah. Ah, echt? Was? Ja. Ernsthaft? Ja. LOL! Kannst du Paddy nicht sagen, sonst musst du das hochladen. Nö, darum geht's nicht. Aber ich find's cool, falls jetzt irgendwas Interessantes passiert wäre oder so. Oh wow. Du bist doch eh die ganze Zeit zusammen. Alter, was ist das? Ich hab keine Pfeile mehr, okay. Aber warte mal. Ich mach grad wieder eine Höhlentour. Vielleicht sollte ich auch mal auf Rekord drücken, Leute. Ja. Janne, es ist gemutet. Aber erst nicht da. Hä? Ist aber durch den Google geflogen. Oh. Hast du denn noch ein Fernrohr? Ist da unten eine Gasträne gelandet? Nee, ich hab keine Ahnung. Nur Dings. Okay, lass mal da runter gehen. Ich will wissen, ob der... Ich will wissen, ob der... ist es Charity. Hier ist noch closed, wenn wir jetzt runterkommen willst. Wollen wir doch wieder hoch? Ja, ich baue jetzt die Treppe hoch. Achso. Ja, die Gasträne. Dann gib mal her, yeah. Loiloilo. War da doch einer? Ja. Hab ich auch noch nicht aufgesammelt, meine... Ich hab meine Metars voll. Ich baue eben die Blöcke hier hoch und dann sammle ich die ein. Los, 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 los. Ich weiß nicht mehr, was man damit machen kann, aber ich... weiß auf jeden Fall, ich hatte nie eine. Sykronisiert. Nimm Gas hier? Ja. Tränke. Ja. Ja, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, was man da für einen Trank macht. Ja, Tränke. Ich glaub Stärke oder so, ne? Was Dummes. Er könnte halt für den Wiser ganz geil sein. Ich glaub, es war nicht mal, äh, Stärke. Den Wiser auch, äh... Oh mein Gott, den Wiser... Wir können den Penis... Da kommt der Strahl einfach von dem Dings raus. Geil. Das machen wir. Den Wiser auch im End besiegen. Bitch. Ne, den Wiser machen wir mit dem Nether. Oben an der Decke vom Bedrock. Hab ich mich grad echt zum Travel gebaut, weil ich dachte, das wär Eisen. Ne, da oben ist Eisen. Och, Gott sei Dank. Ich dachte... Okay, Luca, wir können weiter. Okay. Übrigens auf der sicheren Höhe 34 und nicht im Minusbereich. Leute, also keine... Keine Angst um mich. Wo bist du? Ähm... Äh, runtergelaufen. Äh, nach rechts. Rechts. Rechts runter. Einfach diesen Brickstar folgen. Brickstar folgen? Kann ich nicht wahr sein. Oh, Gravel. Nice. Brauchen wir weg Gravel? Ja. Oh, da ist ein Gas, 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 Gas. Gas, 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 Gas. Wo ist er? Da hinten. Ich hab glaube ich keine Pfeile. Nein! Oh mein Gott! Oh, oh, oh. Aber auch nicht mehr so viel mehr. Ist nicht der beste Spot. Er kommt wieder. Das ist einfach ein neuer gespawnt. Hinter uns. LOL! Da ist er. Oh nein. Oh nein. Yes! Bam! Auch eine Garst hier? Ich denke nicht so. Warte. Nein. Hold on. Hold on. Komm schnell, 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 schnell. Na. Was ist hier auch für ein Examen? Ich leg für dich quasi so, ähm. Einen roten Teppich. Wir gehen entweder an roten Teppich oder hier, wie macht man das bei Frauen und dann legt man noch irgendwas über die Pfütze so drüber, weißt du, so in einem alten Film. Na ja. Einen Mantel. Einen Mantel. Ja, genau. Die brauche ich. Die scheiß Wichser hier. Ja, hier kannst du sagen, ich habe 40 Stück. Oh ja. 40? Zuhause? Ja, zuhause. Ja, wegen meinem Looting-3-Schwert habe ich bei jedem Slime was bekommen. Warte. Das war mir so klar. Ich habe schon darauf gewartet. Äh. Habe ich den Sprung? Ja, halb. Ich bin angekokelt, aber ich habe es geschafft. Was denn? Da kommt immer Lava. Also. MLG-Sprung über Lava. Boah. Movement ist auf jeden Fall da, Leute. Bible-Games, ich komme. Movement. Da kommen wir auch mal irgendwo durch. Ich höre doch. Oh. Okay, das sehe ich übrigens, ne? Ist es das, dass wir hier die ganze Zeit nichts finden? Soll das so sein? Das ist es ja. Das macht mich so wahnsinnig. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie schlimm das ist, 30 Folgen alleine durch die Hölle zu laufen? Komm auch wahnsinnig langweilig. Ja eben. Es passiert halt nichts. Aber ich glaube, was ich noch langweiliger finde, ist, äh. Höhle. Also nicht Hölle, sondern eine Höhle. Äh. Höhle. Kann sein. Also auf Dauer, ja. Zum Zuschauen. Zum Zuschauen. Weil auch alles so dunkel ist die ganze Zeit. Waaahn. Jetzt sehe ich auch wieder so viel Zeug. Weil wir müssen die Scheiß gleich wieder zurücklaufen, weißt du? Ja. Richtig. Und hinten kommt schon wieder so ein rotes Kack-Biom. Okay. So. So. Damn. Das Portal wird sein. Ach ja. Kohle, 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 Kohle. Spaß. Äh. Eisen ab. Heizt immer mit Holz. Ja. Dein, dein Eisen zu Hause durfte ich abbauen, Pip, ne? Immer noch nicht. Vor allem, das sind vielleicht drei oder vier Iron Ore, weißt du? So geil. Und die werden nachher sowieso wieder fehlen. Oh Aahhahaha. Oh, Hello, Hello,'t fuerza Mama. Wir müssen hier mal verweilen. Das kann sich für dich zul 인� outdoor Аmnuster sein. Oh nein, 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 nein. Ja, nee, nein, nein, nein. Braucht man eigentlich für irgendwas Gold? Ja, für eine Beacon zum Beispiel. Alter, da kommt schon wieder so ein Kackbio. Wir gehen links auf vorbei. Weil wenn es so weiter geht, dann habe ich halt mehr Gold als Eisen. So ein Witz, Alter, dann findet man eine Festung und da sind keine, das triggert mich echt. Jetzt müsste man so ein krasser Minecrafter sein und müsste so fast bridgen können. Das kann ich. Man fühlt sich auch echt sicher in Minecraft über einen Lavasee mit 40 FPS. Junge, deine Hände schwitzen schon wieder so krass. Ein Lag und das war's. Ja. Ein Lag und ein Lag, ne? Beim Lag ist es ja so, Shiften kennt euch später nicht mehr. Ja genau, du fällst dann einfach runter. Ach so, du hast Shift gedrückt, ja du. Ganz leid, aber gerade hast du nicht mehr Shift gedrückt. Oder wenn der Server lag so. Jaja, du hast die Blöcke dahin gebaut. Ah ne, stimmt. Du hast die Blöcke nicht dahin gebaut, aber du bleibst da, wo du warst. Und fällst dann einfach. Also los. Ist ja so bitter, dann ist die Spitzsacke weg. Ich fühl mich gar nicht wohl. Ich auch nicht. Ach guck mal die da unten, die sind noch. Komm schon Bauchschmerzen. Bäh. 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 Bäh.